Hey, was ist dann jetzt los? Der König hat sich beschwert, unser Auto quietscht. Hast du ein Antiquietschmittel? Das habe ich. Von der Quietscherei muss ich aber erst mal eine Hörprobe haben, gell? Ja, wie jetzt, ey? Das Geräusch, können Sie sich das mal imitieren? Mit was? Mit was dann sonst? Natürlich, machen Sie mal. Jedenfalls so ungefähr. Uiuiui, das klingt nach dem Ami. Blutfehler, Veggie-Song. Uiuiui. JETES HIER A KADOK! JETES HIER A KADOK! JETES HIER A KADOK! Hey, was ist dann jetzt los? Der König hat sich beschwert, unser Auto quietscht. Hast du ein Antiquietschmittel? Das habe ich. Von der Quietscherei muss ich aber erst mal eine Hörprobe haben, gell? Ja, wie jetzt, ey? Hey, das Geräusch, können Sie sich das mal imitieren? Mit was dann sonst? Natürlich, machen Sie mal. JETES HIER A KADOK! JETES HIER A KADOK! JETES HIER A KADOK! S skinskkawas Agency Sommerwelle, tut das nur, dass es so laut ist. Ja, meinst du? Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Euer Majestät, darf ich anmelgen, wenn's Vollgas, denn richtig. Wir haben doch noch unsere Nitro-Injektion. Au ja, ich geb den Befehl schon anglasen. Ja, ich geb den Befehl schon an. 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 Ja, ich geb den Befehl schon an.